Hallöchen und willkommen zu The Mortuary Assistant. Keine Ahnung, aber es hat richtig gute Bewertungen und zugereist ist es bei HIO ziemlich hoch gerankt. Ich bin gespannt. Legen wir mal los. Hallo Valerie, Raymond hier. Ich weiß, dass es spät ist, aber es tut mir wirklich leid. Ah, ich kann nicht so schnell lesen. Was soll man machen? Einbalsamieren? Er muss weg, weil er einen Familiennotfall hatte und wir sollen das fertig machen. Ach du heilige. Ziemlich verarschen. Klar, machen wir. Oh, wir haben das aber noch nie alleine gemacht. Ich hoffe, es wird okay. Ah, du kriegst das schon hin. Er hat eine Checkliste für uns. Okay, ich bin noch da. Klasse, danke. Wir sind jetzt morgen. Nein, wir sind schon da. Oh Gott. Okay, alles klar. Können wir wieder gehen? Wir müssen hier eine Leiche einbeisermieren. Oh, für meinen Seelenfrieden. Schon mal hier. Oh, Klasse. Oh, nee. Look at your clipboard. Oh. Alter, ist das jetzt Jane Doe hier? Ich hoffe nicht. Okay, er hat die Vitalzeichen schon gecheckt. Die Leiche schon gebadet. Okay. Du weißt, was du hier zu tun hast? Hier ist eine Liste. Einbalsamierungsprozedur, Checkliste. Äh, trage eine Kittel und Handschuhe. Okay, wir müssen noch ein paar Utensilien bereitlegen. Skalpelle. Oder ein Skalpellmesser. Eine Röhre oder irgend so was. Und irgendwelche Tücher oder sowas. Okay, eine Mixtum müssen wir auch noch. Brauchen wir auch noch. Wir brauchen Formaldehyd, Glutaraldehyd und Ethanol. Äh. Okay, das muss man alles in die Arterie ein. Oder in die Venen einfüllen. Okay. Die Drainage müssen wir noch. Oh Gott. Oh, Make-up müssen wir auch noch machen. Oh, cool. Dankeschön. Ach, halt die Klappe, du Idiot. Wow. Wir müssen jetzt echt eine Leiche hier vorbehalten. Huch. Oh, Mutti, hallo. Oh, Omi, bist du es? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, Alter. Hatten die hier so ein Kreuz? Oh, ist das da, wo wir da... Oh, die ist ja nackt. Okay, hier sind die Handschuhe. Ich bin klein und zart hier. Oh, der S ist alle. Oh, Leute, das ist skandalös. Nur XL. Hm. Das kann ja was werden da. Oh, Omi. Was haben wir denn hier alles? Pick-up. Ich picke. Ich krieg's. Warum nicht? Oh. Oh, hier sind noch mehr Handschuhe, oder? Nee, was ist denn das? Ach so, noch mehr Skype-Welle. Geil. Packing. Oh, ja, da haben wir einen Schwamm. Oh, hier guckste. Oh, das brauchen wir. Oh, ich seh nichts. Ach so, als erstes müssen wir uns komplett anziehen. Oh, Mutti. Oh, guck mal hier. Oh, sie lächelt. Tut sie nicht? Freut sie sich ein bisschen? Ja, gut. Worauf soll sie sich freuen? Die ist nicht mehr da. Ne, doch so. Ich hab mein Kittel an. Jetzt? Jo. Okay, jetzt brauchen wir die komischen Sachen. Die müssen wir hierhin tun. Hier war dieses komische Teil. Das brauchen wir. Ja, ich picke. Ich sag, ich picke. Tee. Wer lesen kann, ist glaube ich ein Vorteil. Was ist das hier? Oh, hier, guck mal. Hier ist der Rest. Wer damit? Hallo? Oh, wir können immer nur eins nehmen. Oh, ich freu mich. Mutti, geht gleich los. Entspann dich. Alles wird gut. Jetzt noch spritzen, oder? Ja. Okay, wo ist jetzt das? Was? Hallo? Das ist gerade geklopft. Hallo? Das ist gerade geklopft. Oh, die kann man nicht öffnen. Oh, hier ist die Lichtscheibe. Ach, das ist gerade geklopft. Okay, warte geht's. So, ich hab auch noch eine Tür. Du nicht, okay. Das geile Bälle haben wir noch hier. Bitte. Was brauchen wir noch? Wäh! Bitte. Ich stütze deine Kehle auf. Nö, lass mal. Mach ich jetzt nicht so. Was brauche ich noch? Ich kann das jetzt nicht mal lesen, Leute. Bäh! Omi. Oh, das war nicht. Alter Bitch, die freut sich gerade. Scheiße. Ich möchte das nicht mehr machen. Oh, es ist weg. Was brauche ich noch? Ich brauche noch. Hier, warte. Was ist das da? Oh, es ist etwas unangenehm. Kann ich es nehmen? Nein, das kann ich nicht nehmen. Oh, das ist cool. Oh, oh, mir, alter. Oh. Das hier. Ah, nee, ist noch mehr ausgelöst werden. Oh, scheiße. Hier. Das da. Ist das das? Ja. Ich hab vorhin schon gedacht, die freut sich da. Jetzt freut sie sich richtig. Ach so, jetzt bräuchte ich das andere Zeug. Okay, okay. Oh, alter. Ja, jetzt freut sie sich richtig. Vorhin hat sie nur leicht gelächelt. Jetzt ist sie happy. Oh. Oh, Mie. Beste. Hier, warte mal. War das das, was ich hatte? Ja. Wo muss es hin? Hier wahrscheinlich, oder? Also Leute, wundert euch nicht. Ich hab das schon mal alles live gesehen. Was man da ungefähr so machen muss. Also, da war jetzt keine Leiche dabei, um Gottes Willen. Aber so in so einem Einbeisamierungsraum. Daher kenn ich das ein bisschen. Sieht zwar nicht ganz so aus wie hier. Ist klar. Es gibt ja verschiedene. Es gibt ja so ein Privat, ähm, wie nennt man das? Unternehmen, die sowas machen. Oder halt im Krankenhaus. Das ist halt schon. Okay. Haben wir hier noch irgendwo was? Haben wir alles? Warte mal. War ja nicht mehr. Was ist das? Tissue, Brüder. Was glaub ich? Poison. Ey. Ist das alles, was wir brauchten? Oh, Tatsache. Okay, jetzt müssen wir die Püppchen vorbereiten. Pack weg. Oh, Omi. Okay, wir müssen jetzt. Oh, hier, guck mal. Doch, die lächelt wirklich voll, ne? Okay, jetzt holen wir das da. Hallo. Ich kann hier gar nichts nehmen. Hm. Hallo. Was hast du denn gemacht? Du bist hier. Das verstehe ich dir. Das verstehe ich nicht. Ja? Hallo? Oh, fuck. Nein, ich kenn dich nicht. Geh weg. Ich kenn dich nicht. Ich kenn dich nicht. Echt, du kennst mich? Woher? Wahrscheinlich, weil du meine Oma bist. Ja. Mach das Licht an. Nice. Oh, was klopft mir? Oh, heilig. Oh, wer soll das alles putzen, Omi? Was ist denn los mit dir? Ich krieg doch voll Ärger. Oh. Ich krieg doch voll Ärger von meinem Boss. Omi? Omi? Wachst du mir jetzt in Kuchen? Was ist denn das? Omi, warte, warte. Oh, Alter. Kannst du dir nicht mal was anziehen? Das ist ein bisschen unangenehm für mich gerade. Boah, Alter, die Jumpscaut uns jetzt, ne? Omi? was hast du? Ich bin mit meinem Leben auch nicht immer so zufrieden, aber Mensch, das musst du doch nicht machen. Die Tür ist in der Wetter zurückgekommen. Oh, ey, oh ey, das finde ich ekelhaft. Oh, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Okay, das sieht ein bisschen dämlich aus. Oh, wie, alles okay? Du bist gerade hingefallen. Oh, ich schaffe. Oh, Entschuldigung, ich muss gleich weinen. Oh, ist das geil. Danke fürs Spielen des Prototyps, ist das geil. Alter, das war lustig. Oh, Entschuldigung, ey, ich guck gleich, ich dreh. Okay, das war, das war mal interessant. Das war witzig. Puh, kurz, es war wirklich mega kurz. Schade, eigentlich. Okay, auf Patreon, da war ich gleich mal vorbeischauen. Schaut mal vorbei, Leute. Unterstützt dich mal ein bisschen, das war gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war jetzt nicht so gruselig, ja? Es war eigentlich ganz interessant. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten G. Bye, bye. Bye, bye.